So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen nochmal Krauscare und zwar versuchen wir die anderen Enden noch zu erwischen. Und laden mal das Spiel und gucken mal, was passiert, wenn wir uns anders entscheiden. Es soll ja insgesamt drei Enden geben. Zwei schlechte und ein gutes Ende. Jetzt gehen wir mal an der Krähe vorbei. Wir können mit ihr reden, aber müssen nicht. Und jetzt gucken wir mal das andere Ende. Mom, I'm here. Sorry if I was late. Happy Harvest Night. Haha, Happy Harvest Night to you too. And no worries. You are right on time. I'm still getting dinner ready. I'm almost finished. So, you can play around for a bit if you like. Or just sit at the table to let me know where you are ready to eat. So, an den Tisch sitzen. Sit down for dinner. Okay, hier gibt es auch noch eine Möglichkeit sich zu entscheiden. Aber wir setzen uns mal hin. You ask. So, are you excited for the Harvard Festival tomorrow? Hmm, it's actually gonna be the first one I'm allowed to attend. Even my friends are gonna be there. Haha, sounds fun. Hey, are you okay? Oh yes. I was just thinking that one day I would like to be able to attend too. Oh, I'm sure we can make that happen. I mean, once everyone in town realize that you don't mean any harm and stuff. Yes, maybe one day. Still so. Oh, I'd like to contribute to the festival somehow, some way. So, I made something for it. Oh. It's this. This wheel. The liquid inside looks like the red star from the cauldron I saw then or that night. Also, diese rote, übel riechende Flüssigkeit, wo wir in dem Kessel gefunden haben, ist in dieser Viola. Sie riecht schrecklich. The town. There is a statue in the center, right? Of a goddess holding a chalice. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es geht um die Statue in der Stadt. Do you think you can pour this wheel into the chalice she holds? It's a good luck charm. I made it to ensure a wonderful harvest session for everyone. Oh, I don't know. I mean, tonight chalice is gonna fill up with moonlight. And it's supposed to have the same effect. Plus, um, I'm not supposed to touch the statue, really. It's considered very scared. And, um, if I touch it, I could get in trouble for vandalism and stuff. Please, Riu, I spent a long time on it. And I'd really mean a lot to me. You don't even have to come back after you do it. You can just go to bed at home. It really isn't a big deal, you know? I doubt you would get in that much trouble. And I've done so much for you haven't. Can't you do this one favor for me, for your mother? After all, she's done for you? Oh, what will you do? Okay. Das letzte Mal sind wir ja geflüchtet. Und jetzt nehmen wir die Viola. Yeah, of course. I'll do it. I mean, it's just a good luck charm, right? There shouldn't be any harm in it. Maybe it'll even bring us extra luck this harvest session. And we'll get guy and pumpkins. Oh, I knew I could count on you. Go now. You should fill it before midnight tonight. I know the results will be so wonderful. I'll be able to see them from here. I promise you. Go on then. I'm so excited. Okay. Okay. No one outs here. All I gotta do is climb up to the statue, put this in. Then I'll just go home like she told me. Also einfach die Statue hochklettern. Und das reinfühlen bei der Statue und dann einfach nach Hause gehen. I know it's nothing bad, but I still feel nervous about it. Ich bin ganz schön nervös. Ah, okay. Wir könnten hier auch nochmal zurück. Aber wir tun es jetzt einfach, oder? Ist noch jemand anders da? Statue looms about you. Somehow her pose doesn't seem a usual. Was it usual does? Hello, Miss Luciana. Was ist die Statue? I've got a drink for you. You climbed up. You climbed up in the Statue and filled the chalice. There you go. It was a present from my mom. So I hope you like it. I see you again later for the harvest festival. Okay, das war's. Gehen wir wieder zurück. Tatsache. Jump! Good night. And good morning. Is it still night time? Why haven't I changed back? Dad? Dad, are you home? Where are you? Huh? What is all this? And what happened to the farm? The... This guy? What's... What's going on? I gotta go to town. I gotta find someone. I gotta find dad. Okay. Hey. Hier sieht alles ein bisschen jetzt anders aus. Oh je. Es ist Blut im Gras und in der Nähe von Haylis Base. And her face is missing. Also der Körper ist... Das Gesicht ist weg. Und auch der Körper sieht irgendwie fleischlich aus. Hey, what happened? Was hat sich noch verändert? Okay, was ist in dem Eimer drin? Bucket of something. Gut, das Heu ist noch da. Ist die Krähe jetzt noch da? Nee, die ist weg. Okay. Okay. Soll ich noch hoch in den Wald gehen, oder? Nee, wir gehen in die Stadt. Hm. Okay. Die Vogelscheuche ist mit einer roten Substanz beträufelt, oder? Und auch der Körper ist also, so wie bei Haylis, ganz fleischschick. Okay. Irgendwas hängt im Fenster. Das Schild zeigt an, es ist fleischig und, und köstlich und delicious. Und, okay. Ist hier irgendjemand noch? Ich sehe, da oben steht sie. Ja, aber mal gucken mal, ob noch jemand anders. Oder Moment. Was ist, wenn man hier jetzt reinguckt? Auch hier hängt, hängt was in. Okay. Ich glaube, das ist überall jetzt, so, ne? Okay. Das scheint das zweite schlechte Ende zu sein. Kann man jetzt noch was dazu sagen? The goddess is covered in what appears to be blood. The inscription on the pledge has changed. It reads, You have beat the goddess your wishes for the harvest session. She has delivered up and you the session you wished for, also wir haben sie mit etwas gefüttert und jetzt hat sie mit einem Wunsch und den Wunsch hat sie uns jetzt erfüllt. May your harvest be as plentiful as you hoped. So, madame. There you are. Mom, what's happening? I can't find my dad or anyone. What happened? What happened? The harvest festival has happened. A grand start to an incredible harvest session. And it's all thanks to you. Look at all, isn't it beautiful? An endless supply of food. An endless celebration with the finest ambrosia on one could ask for. And with us running it all. I had been waiting here for so long. Time and time again I wondered if I even made the right choice choosing this place. The oil say it wasn't worth it that I should try someplace else. But where else would I be able to reap such a plentiful harvest? All my waiting has finally paid off and it's all thanks to you my beautiful son. The son I deserved all along. Ha 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 ha. I'll be the queen of this world. And I guess to make you my little prince then. Doesn't it? What's with your face? Oh don't look so sad Rio. I've invited all my friends they'll be here soon to celebrate with us. And I know they'll want to thank you for the thank you for the wonderful harvest too. Bad and one blood moon festival. Oh hier wollen wir die anderen Freunde auch sehen. Nein, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Also das war das erste schlechte Ende. Das zweite schlechte Ende hatten wir ja im letzten Video. Jetzt versuchen wir mal ein gutes Ende noch zu erwischen. Also das ist das erste böse Ende. Ich arbeite daran das gute Ende zu finden. Wir haben jetzt zwei böse Ende oder zwei schlechte Ende herausgefunden und ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen auch das gute Ende herauszufinden. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, eine gute Nacht und ja Link ist in der Beschreibung von dem Spiel. Unterstützt den Entwickler oder die Entwicklerin ein bisschen bin man nicht sicher was das ist. und bis zum nächsten Mal gute Nacht und schlaft gut. Tschüss. Und schlaft gut,